Vorher ist es genau hier oben auf dem Gelände noch ein Abend gewesen, was ich nicht mitnehmen konnte. Wir haben den 9.11.2022 und weg ist sie. Jetzt sehen wir sie hier dazwischen. Das müssen die ersten Sonnenstrahlen sein. Die Sonne ist jetzt hinter mir und vielleicht ist ein Teil dahinter nicht bedeckt und deshalb lüft es da hinten gerade etwas auf. Hier sind noch ein paar Raben. Heute Morgen habe ich den Falken gesehen, nur gestern und vorgestern. Jetzt sind die Völkern hier oben. 7.49.11.2022 bei der Flamma Schole. 1.30 Uhr